Hallo, es wird wieder getrailert, klar. Ich kann ja einfach nicht aufhören, irgendwas zu produzieren. Und habe mir jetzt heute mal was überlegt, im Sinne eines Fastnachtsgedichtes, jetzt auch mal diese Schieflage darzulegen. Und vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass man ja auch mal dann diese ganzen Fastnachts-Nachen vielleicht mal ein bisschen aufweckt. Oder aufwecken kann, oder zum Aufwachen bewegen kann. Dieses Fastnachtsgedicht, auch wenn ich jetzt nache, ist es natürlich, der Inhalt ist nicht witzig. Wer es denn schauen möchte, VK, Bitschut, Telegram.